Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Es gibt eine Krabbespezies, die, wenn sie gebärt, 110'000 Millionen Babykrabben in die Welt setzt. Das klingt zwar ganz nett und so, aber das bedeutet auch, dass das für gewisse Krebs eine Gelegenheit ist, ihre eigenen Kinder zu essen. Dieser Roboter ist schlau genug, um mit dem Lift zu fahren. Und dieser Affe ist schlau genug, um beim Automat etwas rauszulassen. Musik Hier siehst du einen ohrfeigen Wettkampf. Der letzte, wo er steht, Günd. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann! Musik Musik Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann! Musik Musik Vielen Dank.